Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Test, Meldrian, ich. Und wir haben einen Arsch voll Papier raus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese kurze, aber sehr heftige Ausdrucksweise. Und ja, das belassen wir alles so, wie es ist. Wir versuchen jetzt erstmal wieder nach Hause zu finden. Ich vermute mal irgendwo so in die Richtung. Ich bin immer noch nicht alleine. Mit mir spielt meine fast noch halbvolle 0,5 Liter Tasse Kaffee. Sie liebt mich, ich liebe sie. Ja, und jetzt habe ich das eben, beziehungsweise die letzte Folge so ein bisschen abgehackt. Ich hoffe, für den Fragesteller die Frage nach dem Lebensmittelskandal ist für dich so ein bisschen genug aufgegriffen worden. Ich habe halt mal ein paar Beispiele rausgegriffen und habe halt meinen eigenen Graums dazu gesagt. Was ich in der letzten Folge nicht gesagt habe, natürlich ist mir eure Meinung dazu auch relativ wichtig. Das heißt, wenn ihr dazu irgendwas sagen wollt, wenn ihr mir sagen wollt, pass mal auf, du bist ein Idiot, das ist alles gar nicht so schlimm. Du Depp, kann doch jeden Tag Power regeln und Energy Bull trinken und so ein Zeug. Ne, hier stelle ich mich nicht so an, du komischer Kackspanler hier mit deinem Scheiß-Meintestchen. Fick dich! Dann dürft ihr mir das gerne mitteilen. Natürlich in der Kommentarsektion, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, auch nicht schlimm, lass das. Aber ich unterhalte mich doch so gerne in digitaler Form. Ja, okay. Oh Gott, oh Gott, da kraule ich mich gerade mal an der Nase, weil das so schön ist. Das schönste Gefühl aller Zeiten. Ihr müsst einfach mal anfangen, euch tagtäglich mindestens 16 Millionen Mal an der Nase zu kraulen. Es gibt bestimmt, ich könnte wetten, in einem Land wie Japan oder China gibt es bestimmt auch irgendwie so eine typisch asiatische Nasenkraul-Massage. Könnte ich wetten. Könnte ich alles draufsetzen. Mein ganzes Pferd könnte ich draufsetzen. Könnte wirklich ein Pferd nehmen und könnte das so... Hier ist mein Pferd. Ich wette, das gibt's. Trivia, ich hab kein Pferd. Will auch keins. Na gut. Ich mach mal den Fock wieder an. Das sieht schöner aus. Den Fock. Mach mal den Fock wieder an. Na gut. Also wir sind auf dem Heimweg. Wir haben, denke ich mal, genug. Wir werden später mal so eine schöne kleine Plantage... Guck mal, die liegen noch auf dem Weg. Die nehme ich mir mit. Wir werden mir eine schöne kleine Plantage anlegen, dass wir in Zukunft auch keinen Papyrus-Mangel mehr haben. Ich denke mal, so 100 Dinger, die so nach und nach hoch wachsen, werden dann auf Dauer reichen. Das dürfte dann auch das langsame Wachstum irgendwie kompensieren. Ich hab halt echt das Gefühl, Papyrus wächst wirklich langsam. Aber hey, das ist in Ordnung. Weil, sehen wir die Dinge realistisch, die meisten Sachen in meinen Tests wachsen natürlich viel zu schnell. Das sieht familiär aus. So ein bisschen. Ist hier die Ankerbasis? Ne, da war kein Loch in der Wand, glaube ich. Naja. Die meisten Sachen wachsen eh zu schnell, von wegen Bäume so innerhalb von einem halben Tag oder so. Ist aber okay. Das sollte auch gar nicht anders sein, weil alles andere wäre doof. Sagen wir mal so, wie es ist. Das Spiel ist ja letztendlich ein Spiel. Was nichts anderes heißt, als dass es so sein muss, wie es sein muss. Sonst macht es keinen Spaß. Okay. Was ist das denn hier? Ist ja hübsch. Da hübsch mal drüber. Auch hier noch eine schöne Ecke. Kleine Todesfalle. Ich mag Todesfall. Äh, bam. Wo ihr gerade hier seid, klau ich euch nochmal die Wolle, weil ich's kann. Danke. Ich bin hier eigentlich noch... Ich hoffe, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Ich vermute mal, das schon. Sonst hätte ich schon nennst irgendwo eine Lampe so... ...ü, ü, ün gemacht. Was ist mit dir los? I'm stuck in the valley. I'm stuck into desert. Walking on sunshine. Wuhu. Naja. Wie dem auch sei. Naja, ähm... Nächstes Thema. Nächstes schönes Thema. Es wurde gefragt, ob ich nicht mal irgendwie so ein Event machen will. Das heißt, nicht nur... Ich meine, im Moment ist es ja wieder ein Ich-Spiele. Also, wenn man davon absieht, dass mich meine 1,0,5 Liter Kaffeetasse begleitet. Ähm... Im Moment bin ich ja wieder alleine unterwegs. Mein Inventar ist voll. Kurze Denkpause. Desert Sand. Desert Sand mitten in der grünen Pampa. Damit ich auch genau weiß, dass ich hier schon mal war. Danke. Ähm... Im Moment bin ich ja alleine unterwegs. Und dann wurde angeregt, ob ich nicht mal ein Mindtest-Event machen will. Sprich, wahrscheinlich ist damit nichts anderes gemeint, als dass ich mit ganz vielen netten Menschen auf einem Server rumgeistere. Das Ganze natürlich, selbstverständlich, verfreilich in Videoform auffange. Und, ähm... Ja, man sich dann irgendwie ein Projekt vornimmt, das dann in ein, zwei Stunden hochzieht. Oder auch sechs Stunden. Mal gucken. Ähm... Und dann ist das einfach gut. Äh... Ja. Aber unter folgenden Voraussetzungen. Also, A, habe ich keine große Ahnung von Servern. Ich habe auch keinen Hoster irgendwie im Netz. Über sowas verfüge ich nicht, weil ich auch gar nicht wirklich wüsste, was ich damit anfangen will. Ich habe eine, eine, eine Own-Cloud-Ablage auf dem Raspberry Pi daheim. Das reicht mir. Ähm... Da brauche ich keine Server-Cloud für. Oder sowas. Ähm... Lange Rede, kurz. Äh... Das heißt, es müsste sich irgendjemand auch so ein bisschen bereitstellen. Weil ich vermute einfach mal ganz kreativ, dass eine 1,6 Mbit-Upload-Leitung so ab dem zweiten Spieler ein bisschen knapp wird. Bei meinem Test. Ich weiß nicht, wie viele Daten oder was für Daten da übers Netz geschoben werden. Wenn ich den Server... Angenommen, ich würde den Server hier hosten. Aber ich glaube... Ja, so ab dem... Dritten Spieler, wenn nicht sogar schon, ab dem zweiten Spieler geht es dann schön laggy ans Werk. Und dann brauche ich... Für sowas brauche ich kein Event aufziehen. Wenn dann irgendwie 10 Leute da rumruckeln. Also da bräuchte ich schon irgendwas, was Power hat. Was irgendwo dezentral ist. Und sowas habe ich halt nicht. Das müsste irgendjemand mal machen. Wink, wink in Richtung der deutschen Mind-Test-Community. Ich schätze mal, das ist gar nicht mal so der Aufwand. Da laufen ja schon diverse Server. Und ja, das wäre der Punkt 1. Und Punkt 2 wäre, ich muss Zeit haben und ihr müsst Zeit haben. Und daher würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen, machen wir das in den Sommerferien. Ich habe keine Ahnung, wann die anfangen. Ich habe keine Ahnung, wann die aufhören. Ich vermute mal jetzt. Irgendwann werden sie nicht schon laufen. Und dann am besten auch... Was ist denn hier los? Auch hübsch. Und dann am besten auch in dem Moment, wenn möglichst viele Bundeslehrer... Bundeslehrer. Diese Bundeslehrer. Wenn Bundeslehrer Ferien haben. Es geht nicht um die Schüler, es geht um die Lehrer. Das arme Volk. Warte mal, ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Ich glaube nicht, dass ich hier schon war. Hübti-dü. War cool. Wenn ich irgendwas bräuchte, würde ich nachgucken gehen, aber ich brauche nichts. Danke trotzdem. Tschüss. Mein Freund, die Höhle. Ja, das wären so die zwei Bedingungen, die ich dann da hätte, hatte, Hütte. Und ansonsten würde ich sogar fast sagen, ein bisschen regelfrei. Ach du je, nochmal so ein Canyon. Soll heißen, den umrunden wir. Ich bin da relativ emotionslos. Wenn wir so ein Ding hochziehen, oder wenn ich so ein Ding hochziehe, oder irgendwer so ein Ding hochzieht, und ich nehme da einfach zwei Stunden lang auf, und da passiert zwei Stunden lang halt nur Scheiße. Sprich, da laufen irgendwelche Leute rum und machen komische Geräusche und hauen den Text voll. Und hast du nicht gesehen? Ja, dann ist es halt so. Und das ist halt zwei Stunden lang Blödsinn. Da werde ich versuchen, das Beste daraus zu machen, in der Nachbarwürdigung. Wenn in den zwei Stunden irgendein richtig geiles Gebäude oder irgendeine richtig geile Struktur zusammenkommt, dann ist das wiederum auch eine richtig coole Sache. Dann werde ich das auch irgendwie verwussten. Aber alles in allem ist es mir eigentlich relativ egal. Also, das ist wirklich so eine Freelancer-Sache. Was passiert, passiert halt. Ist halt auch die Überlegung, ob ich dann gerade um dem Chaos noch weniger Einheit zu gebieten sage, okay, ich nehme eine meiner Maps und lasse die hochladen. Sodass halt alle auf dem rumspringen können, was sie bisher immer nur gesehen haben. Wäre halt so die Idee. Und ja, und außerdem müsste man das dann halt irgendwie auch gescheit announcen. Sprich, irgendwie irgendwo irgendwann bekannt geben. Da wüsste ich halt schon nicht, wie ich das machen soll. Ich mit meinen 100-Badge-Abonnenten. Von denen nachweislich, ich liebe euch alle, so ist das jetzt nicht. Ihr braucht jetzt nicht denken, dass irgendwie der eine oder andere mehr oder weniger wert ist. Aber von den 100-Badge gucken halt irgendwie nur 50, glaube ich, maximal mein Test, so nach drei Wochen. Das sieht man halt auch an den Aufrufzahlen, so ist das nicht. Und ja, schupptidu. Wisst ihr, was ich will? Wäre natürlich auch, wenn die 50, die das gucken, dann natürlich irgendwie dann am Start sind, der Server total überläuft, wäre natürlich auch absolut episch. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Gibt da ja so ein paar Nasen da draußen, die wissen genau, dass ich sie meine. Die dann auch immer fleißig kommentieren und mir Fragen stellen und machen und tun und sich mit ihm unterhalten. Daumen hoch, ihr seid super. Finde ich toll, dass ihr das macht. Und ich hoffe, wenn der Event zustande kommt, dann seid gerade ihr auch dabei, weil dann können wir dann auch mal überlegen, ob man nicht dann nebenher noch... Also generell würde ich halt vorschlagen, dass man nebenher Mumble anschmeißt. Kein Teamspeak habe ich nicht, Linuxer. Das will ich nicht. Und dass man sich dann halt nebenher unterhaltet, so beim Spielen, beim Machen und Tun. Aber das ist alles noch. Zukunftsmusik. Jetzt versuchen wir es mal wieder zurückzufinden zu unserer gar wunderschönen Basis, was sich nur um Jahre handeln kann. Daher noch ein Schluck Kaffee. Okay, wenn es so weitergeht, muss ich hier auch vorher noch mal abbrechen, weil wegen Klo. Aber bisher wird schon wieder Nacht. Oh, Fug. Jaja. Budges, 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 budges. Ich kann ja mal gucken. Jetzt ist diese blöde Seite auf immer zu Ende. Ach, eine Kleinigkeit wollte ich noch testen. Das habe ich gesteckt bekommen. Ich glaube zwar nicht, dass das das richtige... Dings ist. Aha. So, und jetzt sollte ich mir damit nicht mehr irgendwelche Sachen geben können. Kann das sein? Ja, scheinbar. Awesome. Danke. Ich hatte mich einmal irgendwann darüber beschwert, dass ich mir jetzt da so Sachen herbeicheaten kann. Ja, ich weiß zwar nicht, warum ich das jetzt Singleplayer klauen musste, weil ich bin noch Meldrian. Also, Spieler Meldrian. Aber mir wurde gesagt, ich soll genau das eingeben. Ah, du Spaßvogel. Also, ich habe quasi für diejenigen, die eben nicht mitgetippt haben, die drücken entweder da auf Pause oder ich habe eingeben Slash, Revoke, Singleplayer Creative. Und jetzt ist das Unified Inventory auch nicht mehr so Cheaterhaft. Sprich, ich kann mir nicht mehr irgendwelche Sachen daraus ziehen. Das war ja das, was ich in irgendeiner Folge vor zig anderen Folgen mal so ein bisschen bemängelt hatte. Dass man sich da quasi in die Cheater-Mode versetzt, wenn man das nutzt und nur die eigene Hemmschwelle einen davon abhält, das zu nutzen. Hätten wir das auch geklärt. Aha. Dafür darauf einen Schluck Kaffee. Mmm. Lecker schön. So. Jetzt blätter ich mal um. Das dauert einen kleinen Moment. Also, falls ihr denkt, diese ominöse Liste, für die ich immer spreche, wo alles draufsteht, würde gar nicht existieren. Doch, die existiert. Es gibt eine Liste, auf der Themen und alles draufstehen. Ein Block. Viel eher. Ich hatte, hatte noch irgendwie was anderes, aber ich find's gerade nicht. Das heißt, ich müsste wieder, ähm, müsste wieder improvisieren. Das kann ich nicht. Ihr wisst alle, dass ich das nicht kann. Ach ja. Ich könnte euch ja mal die, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Geh weg, geh weg. Geht alle weg. Nee, kann ich nicht. Die hab ich nämlich gar nicht aufgeschrieben. Ach, wie blöd. Ich wollte euch gerade die Fragen aus dem Friesen-Quiz vorlesen, aber die, ich hab nur die, ach Gott, oh Gott. Ich hab nur die Antworten aufgeschrieben. Ich hab das Gefühl, ich find ihn nie wieder nach Hause. Naja. Ich bleib da nochmal ein bisschen rum und versuch, nicht vom Geist gefressen zu werden. Geh weg. Geh weg. Niemand mag dich, du Rüst noch. Komm. Aua. Aber was soll's, den Ball. Äh, Quatsch, den Ball. Das Bein hab ich eh nicht mehr gebraucht. Hey, Jingle Balls, Jingle Balls, Jingle Balls, all the way. Es ist Hochsommer, aber pff. Was soll's? Was soll das schon? Ist doch egal. Auf jeden Fall, jetzt, äh, jetzt kommt auf jeden Fall großartige Zeiten auf uns zu. Ich werde auf jeden Fall dazu in der Lage sein. Achtung. Achtung. Ich muss einfach die Spannung noch ein bisschen aufbauen. Ich werde dazu in der Lage sein, Nachttischlampen zu bauen. Sorry, pisch. Nachttischlampen und, äh, andere Sachen. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaub, ich cheate jetzt einfach mal ganz kurz. Auch nur, um sicher zu gehen. Also, wir sind minus 800, minus 78 und wir müssen nach, oh, wir müssen nach, äh, äh, 435 und minus 189. Ui, also in die Richtung. Ich bin schon so zu weit gelatscht. Ja, ich hab mir irgendwann mal die Koordinaten von dem Haus aufgeschrieben. Tut mir leid. Aber das ist zwar nett, hier rumzulaufen und so, aber... A, wird dann alles generiert und ist dann... Au. The fuck. Verdammt. Verschissenes Erdloch. Ich hasse dich. Ich hätte dich enterben. Mist, Zau. Geh mal weg, du blöder Dings. So, hier ging's lang, ne? War das richtig? Ja. Und ich würde sagen, wir kürzen das einfach mal ab mit... Huiiii. Plonk. Höh. Essen. Essen. Ich hab nix. Zombies. Schwert. Zombies. Zombies. Ich brauch Essen. Oder Bäume. Bäume. Bäume oder Zombies. Zombies oder Bäume. Egal. Wir gehen mal Richtung weiter. Da ist ein Apfelbaum. Da ist auch einer. Das passt mir besser. Ich nehm den. Jetzt muss ich echt aufpassen. Ich mein, pff. Ist ja kein Problem, wenn ich sterbe, sterbe ich. Dann lauf ich halt von da hinten wieder los. Aber, äh, will ich nicht. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. I don't wanna go. Oh, toll. Das ist grad keiner in der Nähe. Sehr gut. Hier kommen. Komm mit dem Desert Stone weg. Mach ich mir. Bau ich mir wieder selbst ein Denkmal. Hier so. Zack. Boom. Wow. Ich war hier. Gezeichnet. Ich. Gib mir meinen Apfel. Gib ihn mir. Wow. Ein Apfel. Ist ja total geil. Ich fühl mich schon viel fitter. Komm her. Wir sind ja gar nicht so. Nom 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 nom. Ein paar menschliche Leichen wären mir zwar lieber. Die bringen mehr Energie. Sachlich, fachlich ist das halt so. Aber egal. Nenn sie nicht da. Dann sind sie nicht da. So. Fuh. In die Richtung. So. 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 Ja. Gut. Ist richtig. Hui. Fuck it. Oh. Gott. Ich war so nah dran. Glaube ich. Oh. Mein Inventar ist doch leer. Äh. Äh. Aus dem Kopf. Wo war denn das? Minus irgendwas zweistellig. Minus irgendwas. Ich glaub irgendwie 600 oder so. Ach scheiße. Guck mal was ich hier noch das hab. Awesome. Ja. Geil. Ja. Cheater Mode enabled. So. Also. Dann gucken wir mal minus. Achso minus. Und schon. Verpisst euch. Weil ihr nix könnt. So. Hier ist auch irgendwie alles ein bisschen zugesifft. Minus. So. Ja. Das dürfte reichen. So. Da bin ich auch in irgendein, irgendein, irgendein Erdorkoartes ruckelt. Scheiße. Ja gut. Ist natürlich klar. Weil wegen. Fast Move plus Server plus Creatures plus neues Gelände ist nicht so geil. Ach ist das wieder herrlich. Das sind genau die Aufnahmen, die nicht so laufen sollten, wie sie laufen sollen. Oder tun. Eine Bildwiederholrate von 4 halt ich jetzt auch für ein bisschen wenig. Aber das ist doch mehr als 4 Bilder. Das ist doch richtig flott noch. Kann auch mal wieder aufhören. Achso. Ach. Das hab ich gar nicht gesehen. Ach. Ach. Scheiße. Ach. Gottchen. Hat er es jetzt von selbst gedumpt? Wie war denn der blöde Befehl? Ist doch egal. Ich kann ja weiter. Ach. Herrlich. So. Hier ist wieder so ein Flower Hill. Ich hab echt keine Ahnung. Scheiße. Ich hab eben noch überlegt. Ich bin so blöd. Ich hab mal überlegt kurz, bevor ich gestorben bin, ob ich jetzt gucke. Wo ich gestorben bin. Ach guck mal. Hier wäre auch Papier aus gewesen. Schupptido. Wer hätte es gedacht? Gibt doch noch irgendwo welches. Was war das denn gerade? Schatzkammer? Hab ich eine Schatzkammer gefunden? Cool. Das wäre auch cool. Schatzkammer. Implementiert das mal jemand. Zufälliges generiertes Gebäude. Schatzkammer. Ähm. Minus 600 hatte ich eben gesagt. Bin ich schon zu weit. Und minus irgendwas anderes. Ach Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo mag ich denn eben runtergefallen sein? Alter. Selbst beim Cheatmode schaffe ich das nicht. Gibt irgendeinen Befehl, um sich wieder dahin zu teleportieren, wo man war? Keine Ahnung wie der ist Das finde ich im Leben nicht wieder Alter 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 Scheiße Okay Wir machen das ganz unkompliziert Ihr habt jetzt furchtbar viel Spaß gehabt in der Folge Das war glaube ich die emotionalste Folge Die ich jemals hatte Ich habe gelacht Wir haben gelacht Wir haben geweint Wir haben geflucht Wir haben gezittert Wir hatten Angst Und so weiter und so fort Ich gucke gleich mal nach die Koordinaten Ich habe ja das ganze Video Haha Und Ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge Schön dass ihr wieder dabei wart Macht es gut Haut rein Und tschüss Ich gehe nochmal zum Abschied Uuuh